Hey Leute, was geht? Für uns dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu FIFA 20 und heute gibt es ein ziemlich kurzes, aber richtig geniales Video, denn ich zeige euch die besten Tore, die ich innerhalb der ersten Wochen von FIFA 20 im Online-Modus erzielt habe. Da sind einige Tore dabei, die hat man schon in anderen Videos gesehen, aber es gibt auch einige ganz neue Tore, die noch niemand gesehen hat, von daher ihr könnt euch auf ein geiles Video freuen, wenn ihr das Ganze feiert, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, dann weiß ich, dass ich solche Videos öfters machen soll und schreibt mir mal in die Kommentare, welches dieser Tore ihr am geilsten fandet und jetzt viel Spaß. Das heißt eigentlich, das müsste hier ein leichtes für Cristiano Ronaldo werden. So, wir warten mal kurz, stecken ihn durch. So, einmal angelockt, Cristiano Ronaldo! Oh mein Gott, was ein geiles Tor! One, two, zu krass, zu krass einfach. Mbappé! Bitch! Wir werden es vielleicht gleich sehen. Pirlo gibt den Ball auf Ronaldo Cristiano! Oh, was ein krankes Ding! Vorlage Pirlo, Tor, Ronaldo! So, Eusebio! Der ist in den ersten Verteidiger komplett aussteigen. Kann Mbappé hier vollenden, was angefangen wurde? Hehe. Mbappé! Der geht rein! Ist das dein Ernst, Mbappé? Ist das dein fucking Ernst? Was ist das denn für ein Tor, Junge? Oh mein Gott! Macht jetzt gar keinen Mitspieler frei, aber macht nix. Wir sind ja auch in der Lage, das alleine zu machen, wenn es sein muss. Drag, wag, fake. Dann sind wir auch schon im ... 16! Oh! Hahaha! Bruder! Bruder, was machst du mit den Gegnern? Wir werden dieses Jahr sehr viel Spaß haben mit Cristiano Ronaldo, glaube ich. Selbst in so einem Team keine hohen Bälle, weil kein Spiel an diesem FIFA kommt auf hohe Bälle, klar. Der Gegner chillt hinter uns, dann können wir vielleicht einen raushauen! Juckt ihr nicht, der hat hinter uns gechillt, der dachte, der macht den Raum zu, der dachte, wir können nix machen. Doch! Wir versuchen jetzt nur noch richtig nice Sachen zu machen. Wie noch meinen ... Aber wenn so einer reingeht, ist das halt auch das perfekte Tor. So, schöner Ball. Ronaldo. Spielt den nach vorne. Cristiano. Kann den mitnehmen. Cristiano. Oh! Nein! Nein! Was ein Tor, Digga! Was ein Tor! Was ein Tor! Mal P. Hä? Geht hier gut durch die Mitte. Ronaldo. Ronaldo. Schönes Kombinationspiel. Oh! Fein gemacht! Das waren dann auch schon meine besten Tore, die ich in den ersten Wochen von FIFA 20 erzielt habe. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr unter diesem Video abonnieren. Dann verpasst man keine Videos mehr. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao!